So Freunde, jetzt noch ein organisatorischer Hinweis zum weiteren Verlauf des Abends. Wir werden jetzt gleich noch einen Song spielen, danach treffen wir uns da drüben für Einzelgespräche und im Anschluss daran stellt ihr euch bitte geordnet in zwei Reihen auf und kauft dort an diesem Stand unsere CDs. Und dann hätten wir es für heute. Wir bedanken uns schon mal im Voraus bei euch, ihr wart wunderbar. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Dankeschön.